ja hallo und herzlich willkommen zur heutigen folge von iron side und nachdem wir zuletzt ja wirklich hier schon mit den missionen uns abgetan das tutorial abgetan haben ist es heute endlich zeit für ein richtiges pvp match und dementsprechend springen wir da mal rein drücken auf match und suchen ein team dev match da bin ich jetzt schon sehr gespannt ob ich mich da einigermaßen beweisen kann das ist dann sechs gegen sechs und ich will ich will den dam spielen ich hab bock auf dam nicht den deb sondern den dam so hier die ganzen guten müssen hier rüber also hier mit ganz vielen sachen außerhalb vom namen die müssen zu mir auch ich brauche ein gutes match kommen allen zeit du willst auch hier gut gezeigt werden gibt mir geiles gibt mir einen geilen matchmaker bis jetzt auf jeden fall schaut es gut aus ich glaube das ist auch wobei wobei das ist grün das ist bestimmt schlecht wenn das hier grün ist ich sag mal das ist gut ich sag mal ich habe ein geiles team ziehe ich jetzt alle ab ich bin schon gespannt cloud nein die map haben wir schon zuletzt mal gehabt diesmal wieder mit der aug aber ich habe das agog weg gemacht jetzt so ein holo drauf ich bin so gespannt ich hoffe ich verkackt nicht 60 meter auf jeden fall ein ziel ich habe den dicken mächte dabei guck mal auf nummer fünf und links mal schauen ob ich den zeigen kann wenn es ja ich finde es ja feiern ich bleibe bei den anderen nein ich habe den auch so gut am kopf getroffen der war doch nicht schlecht ich war doch voll drauf naja noch mal noch mal geht es auf jeden fall gut rund der sentinel erscheint demnächst nein ich habe unbedingt eine granate werfen wie doof einfach okay das war das war nicht smart mein ganzes team stirbt da drüben ich gehe darüber also ich muss sagen spiele desto cooler finde ich den shooter und ich kann ihn echt nur empfehlen der metal reefer ist erschienen what the fuck ist der metal reefer komm schon komm schon komm schon komm schon jetzt ist er da hinter mir ist glaube ich einer ich bin ganz schön low energie lade aber aktuell steht es gut gut dabei so ein feuerball was was das denn als aber ganz schön weg gehauen nein muss ich auch mal ausprobieren das ding ja eben die granate bringt wahrscheinlich nicht so viel weg raus was what the fuck wird mich der denn ich war noch dahin niemals niemals war der drin glaubst du selber nicht die hat schon getroffen nicht meine baustelle ist auch nicht der metal reefer geht auf jeden fall dauernd mein team ist gut gott der dank kompensieren die meine unfähigkeit die werke weg komm 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 energie lade ich auf ja jetzt schaut es wieder gut aus jetzt bin ich wieder im saft jetzt kann ich wieder mit was du mein mate in ruhe hast du mein mate in ruhe in jedem spiel ist kein spiel wo ich sniper gut finde jedes spiel ist fruchtbar mit snipern eine welt ohne sniper wäre so eine schöne welt der war gut drauf der hat mich ordentlich gemacht muss ich ihm lassen noch mal so eine klingendrohne da bleibe ich erstmal irgendwo drin habe ich keinen bock auch von so einer unsichtbaren da rappelst im karton du alter lachs hat noch eine alles hätte nicht ich habe aber nix da scheiße im teich war es der squad drone unterwegs steht auf einmal so eine drei minuten vier drohne von oben ja natürlich von oben ist die drohne natürlich das ist schon ganz schön krass das ding ich hätte ja gerne meine drohne aber ich glaube ich will eigentlich raus schnell 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 bevor die drohne wieder kommt und der nächste von hinten zack schön in den rücken geschossen wo war ganz schön was bist du denn aber schaut gut aus ich bin auch nicht ganz ganz schlecht also für die erste runde im pvp kann ich mit leben da ist nix da oben loskommt überfall ich sehe ihn doch ok das war ein lamer kill ich habe ich nicht gesehen ok aber der andere kill den habe ich gerne abgestaubt du gebe ich ganz ehrlich zu kein problem damit gehabt auch so einen dreckigen kill muss man mit nach hause nehmen steht er da hinten im fenster 57 48 jetzt wird es gefühlt auch noch mal enger also die runde ist noch nicht safe nach hause geholt elbert noch mal gesichtet 60 50 das gibt es wo bist du denn bin ich an dem vorbeigelaufen aber warum konnte mich der da drin treffen da oben ist einer der vögel da drin ist der nächste heavy tank klingendrohne jetzt bieten sie noch mal alles auf was sie haben da bin ich schon glücklich dass ich alles mal so ein bisschen überlebe 60 48 meine fresse jetzt wird es noch mal richtig knapp komm schon hier die ziele sind alle da unten drin alle da unten drin oh da ist noch einer ja 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 da mache ich sie weg ja jetzt hole ich es noch nein wie knapp war das denn wie ist jetzt ausgegangen alter um zwei Heidi Witzker aber ich war nicht der schlechteste also die Runden machen durchaus Spaß ist eine kurze schöne Angelegenheit und von dem her kann man das gut spielen und jetzt würde mich natürlich mal abschließend sozusagen euer Fazit zu Ironside interessieren was ihr jetzt gesehen habt hier auf dem Kanal haut es in die Kommentare ich bin durchaus sehr interessiert daran und ja ich hoffe es hat euch gefallen mal wieder ein bisschen ein anderes Spiel hier zu entdecken ich nehme jetzt meine Vorratsboxen mit auch eine kleine Belohnung gab es ich steige auch den dritten Rang wenigstens auf und ja ich glaube ich bin unterm Strich ganz zufrieden das war es dann damit mit Ironside ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß bis zum nächsten Mal euer Alcaramba